Moin Leute! Also, es ist jetzt eine Weile her, dass bei uns da mal was passiert ist. Ja, als erstes wollen wir eigentlich mal kurz was zeigen zum Rosarium Sangerhausen. Da waren wir jetzt im Juli, Mitte Juli. Eigentlich nicht mehr so die spezielle Rosenzeit, aber bestimmt auch nicht ganz uninteressant. Ja, für einen Rosenspezialisten, der wird sich da einen anderen Termin sehen nehmen, aber für uns hat das gut gepasst und ich glaube, da sind ein paar nette Bilder dabei. Guckt da gerne mal rein, aber wie gesagt, das ist jetzt nichts für Rosenspezialisten. Das ist einfach mal ein kurzer Überblick. Was ich gut fand, waren die Kletterrosen. Das sah ganz gut aus. Die standen auch gut im Laub und so. Die waren vielleicht nicht alle so in Blüte, aber sah gut aus. Ja, es gibt auch ein paar nette Kombinationen, Rosenkombinationen, ein paar Stauden und so. Die sind so Standardsachen, aber die ganz gut aussehen, kann man sich mal angucken. Und ein paar andere Bereiche, die da so gezeigt werden. Das ist für den Landschaftsbauer vielleicht mal ganz witzig. Also da kann man mal einen Blick reinwerfen. Guckt euch das mal an und sagt mal was dazu, wenn ihr wollt. Erst mal das. Bis dann. Attacke. ! D ! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020